Tag und Glück auf Schalker Kumpel und Kumpelinnen. Auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen, hallo Jan Bremmer, mache ich heute auch meine Spieltagsanalyse vom 27. Spieltag, hätte ich nämlich fast vergessen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir spielen bei den Pillendrehern in Leverkusen, 27. Spieltag. Und am 27. Spieltag gibt es eine ganze Menge interessanter Begegnungen, dazu kommen wir gleich. Heute gibt es natürlich keine Spiele, heute ist Karfreitag, also denkt dran, kein Fleisch essen, heute gibt es Fisch. So, gehen wir mal in den Spieltag rein. Dortmund spielt gegen Frankfurt. Da ist natürlich eine ganze Menge drin für beide und es geht auch um eine ganze Menge. Beide wollen ja noch in die Champions League. Wer wird hier wohl gewinnen? Ich tippe auf ein Unentschieden, 2 zu 2. Für unsere Mannschaft habe ich leider nicht so positive Hoffnung. Ich glaube, dass die Leverkusener das Spiel gewinnen, 3 zu 1. Ich hoffe, dass wir es uns zumindest gut verkaufen. Und möglicherweise, gestern im Livestream hat ja der ein oder andere auf und für Schalke getippt. Ich hoffe, dass das eintrifft. Mir fehlt allerdings irgendwo die Fantasie, wie wir das anstellen wollen. Und selbst bei dem einen Tor, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Aber ich hoffe einfach mal auf den Hunter. Schauen wir mal. Das ist ja das Schöne am Fußball. Keiner weiß vorher, wie es ausgeht. Wolfsburg gegen Köln. Da tippe ich auf die Wolfsburger, auch nicht schlecht, Wolfsburger. Sorry, Soccerplayer, 8. Das werdet ihr nicht gewinnen. Die Wolfsburger sind gut dabei, wollen auch in die Champions League und werden sich wahrscheinlich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Obwohl Köln ja auch gegen Dortmund bewiesen hat, dass sie gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellenbereich gut mithalten können. Mainz gegen Bielefeld, machen wir es kurz, da gewinnt Mainz 2 zu 0. Augsburg gegen die TSG, 1 zu 2. Dann kommen wir zum weiteren sehr interessanten Spiel. RB Leipzig gegen Bayern München. Normalerweise sind die Bayern ja in solchen Spielen immer da und entscheiden das irgendwie für sich. Dieses Mal glaube ich aber, dass Leipzig das Spiel machen wird. Lewandowski ist nicht dabei. Aber mal unabhängig von Lewandowski glaube ich einfach, dass die Leipziger diesmal die Nase vorn haben werden. Ich hoffe es auch, weil für Fußball Deutschland wäre es doch mal interessant, wenn A die Meisterschaft länger spannend bleiben würde oder B mal jemand anders deutscher Meister werden würde. Gut, jetzt wird der eine oder andere sagen, müssen es deswegen ausgerechnet die Leipziger sein. Ehrlich gesagt, in diesem Fall ist es mir sogar lieber, wenn die Leipziger hier die Meisterschaft mal holen würden, weil ich kann die Bayern einfach da oben auf dem ersten Platz nicht mehr sehen. Gut, Freiburg bzw. Gladbach gegen SC Freiburg. Hier tippe ich auf einen Gladbacher Sieg. Machen wir es kurz und schmerzlos, 1 zu 0. VfB Stuttgart gewinnt 2 zu 0 gegen Werder Bremen. Das wird den Agabus freuen. Hier habe ich einfach das Gefühl, dass die Stuttgarter in diesem Spiel einfach besser sind und stärker sind. Also tippe ich 2 zu 0. Noch ein weiteres interessantes Spiel. Union Berlin gegen Hertha BSC. Stadtderby. Hier tippe ich ein 1 zu 0 für die Eisernen. Ja, das war der 27. Spieltag in aller Kürze. Bleibt mir nur noch eins zu sagen. Wenn ihr wollt und mögt, haut ein Abo raus, lasst ein Like da und ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. Hier werde ich zukünftig das ein oder andere Update posten. Also zum Beispiel, wenn mal ein Spontan-Livestream ansteht oder sonstige interessante Dinge rund um den FC Schalke 04, werde ich das auf Instagram posten. Im Moment werdet ihr noch keinen Content finden, kommt aber. Ja, genießt den Tag, freut euch auf den morgigen Spieltag. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Ich bin für heute raus, euer Schalker Kumpel. Ciao, ciao.